Believe, you've got to believe, you've got to believe. Hugo Boss. Dieser Name steht für Qualität und klare Linien. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem, rostfreien Edelstahl. Die zweifarbige Lünette lässt sich drehen und zeigt eine Minutenskala. Der Gehäuseboden ist fest verschraubt. Diese sportlich elegante Uhr besticht durch ihr klares Design. Das Uhrband ist aus echtem Leder und wurde außen mit schwarzem Silikon überzogen. Mit der Stoppuhr lassen sich Zeitintervalle bis zu 30 Minuten messen. Leuchtzeiger und Leuchtzahlen heben sich deutlich von dem nachtblauen Zifferblatt ab. Die Krone ist verschraubt. Dies gewährleistet Wasserdichtigkeit auf lange Zeit. Das gitterartige Muster auf dem Zifferblatt setzt ein optisches Highlight. Garantie und Bedienungsanleitung sind der Geschenkpackung beigelegt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020